Gut, dann fährst Ne, dann bleibst du hier Ne, das krieg Dann fahren wir hier hoch Da ist es in Sicherheit So, und ich baue jetzt ein zweites Atomkraftwerk Komme, was wolle Das muss sein Was fehlt mir denn Äh, huch Hamster im Laufrad Die zweite Ich brauche noch Was brauche ich alles Aha, 30 Beton Und 36 Stahlträger Nett Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet Nein Dann machen wir halt eine neue So eine Schaluppe Äh, hier wird der Beton produziert, oder? Warnung Ach Fahrzeug unter Beschuss Fahrzeug unter Beschuss Welches? Ach Komm, ey Was soll die Kacke? Versängst du mir jetzt Jedes Schiff, oder wat? So, jetzt verteile ich die Flotte mal ein bisschen Scanne unbekannte Küste Alarm Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge Oh Was ist denn das hier? Ruine Hm Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass hier auch wat ist Aha Hab ich ja total übersehen Äh, ja, Wurst Ist ja jetzt auch egal Weil ich jetzt mal Ich dürfte mal die komplette Karte erkunden Will ich aber jetzt auch nicht unbedingt Registriere ein neues Fahrzeug So Okay Okay Na, komm. Ich hab doch ne Flagg gebaut. So, jetzt lass ich reparieren, Junge. Dann geht's ja auch gleich besser. So, meine neue Spucht. Wer die hoch? Holt noch ein paar Stahlträger, wenn vorhanden. Ja. Stahlträger. Äh. Ach. War ja Beton auch noch. Ich bin total weg. Ich brauche das Schiff. Ach, scheiße. Wo wird denn hier das Beton produziert, hä? Hä? Kann mir das einer sagen? Hier produziere ich Beton. Darf ich mal wieder aus dem deuren Röschen Schlaf holen? Scheiß Schiff hier. Regt mich auch schon total auf. So, meine Schaluppe. Machst du hier. Du machst Pause. Alle, die nix zu tun haben, machen jetzt mal fett Pause. Ne? Ups. Alle 50 auf einmal eingeladen. So, dann mach ich hier mal einen Abstecher her. Hol mir halt da noch ein bisschen Beton. Wie viel brauche ich denn eigentlich insgesamt? Insgesamt brauche ich 30. 20 habe ich. Also würde das sogar von der Insel reichen. Also, dann... Hier ist aber auch schon ein hübsches Gewusel in den Straßen. Gefällt mir. Schaut gut aus. So, BB Beton. So, hier rüber, mein Junge. Dann baue ich halt noch ein Atomkraftwerk. Dann habe ich das Energieniveau. Schildimpuls. Hoffentlich brauche ich da nix mehr. So. So, 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 so. Ich will jetzt nicht irgendwo gucken, dass sie die Getränke herbekommen. Kann ich denn hier alles... Trüffel, Wein, Kaffee. Kaffee könnte ich produzieren. Was brauche ich denn alles? So, Getränke, Kaffee brauche ich. Hm. Was fehlt denn hier? Ach, Carbon bräuchten die Jöhren. Für das Ding. Hier, ausladen bitte. So. Das dürfte reichen. Der geht es aber auch nicht mehr gut. Dem Schiff. Der. Was sag ich denn heute für ein Scheiß? Das gibt es ja nicht mehr. So. Der läuft auf 100. Läuft auch gleich auf 100. So. Geh mal hier ein bisschen Gas. Was hier mal die Energie... ...wat wird. Fahrzeug unter Beschuss. Ach, kannst du nix... ...hier ausrichten? Wo bist du denn? Hier. Na, komm. Spiel gespeichert. Gut, dass du immer regelmäßig speicherts Spiel. Das ist super. So, jetzt darf ich aber endlich mal hier... ...und so. Flack. Hm. Geht wohl nicht. Was brauche ich denn alles für die Sache hier? So kann ich die hier nicht bauen. Ich geh genügend Baumaterial. Was fehlt denn? Nix. Oder wie? Ach, Munition. Sag halt das gleich, dass du Munition brauchst, Junge. Ja, versenken wir nur das Schiff. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ja, kommt vor. So. Aber jetzt ist gleich das Flugzeug vernichtet und das ist auch gut so. So, komm, noch ein Schuss und dann ist es vorbei. Und Bäm. Ruhe. Ruhe im Gebelg. Die müssen immer noch kein Schiff, äh, Fisch produzieren. Ah. Gleich haben wir das Energieniveau erreicht. Natürlich ist das super. Tee haben die bis zum Abwinken. Communicator haben sie jetzt bis zum Abwinken. Gut, so. Meinen Echos geht das am besten. So wie das aussieht. So, wie geht's euch? Ihr könnt nicht klagen. Das finde ich toll. Habe ich hier irgendwo eine Überproduktion? Nö, sieht nicht so aus. Doch, Öl. Öl tue ich mal fett überproduzieren. Aber aus dem Öl können wir ja Sachen machen. Aus dem Rotöl. Ist hier Ruhe. So. Und der darf mal das Patrouillieren hier aufhören. Aha. 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 Was soll denn das hier werden? Ich glaube, ich muss noch Munition holen. Haben wir hier Munition zufälligerweise? Nicht nur die Panzerbrechende, sondern auch die normale? Nein. Haben wir nicht. Haben wir hier die Munition, die normale? Haben wir auch nicht. Ist auch toll. So, haben wir hier die 34 haben wir. Hole ich jetzt die oder hole ich sie nicht? Ich könnte mal hier die Produktion aus dem Dornröschenschlaf holen. Hier zu. Du auf. Das hier ist ein Abenteuer. Aber ich glaube, wir werden es meistern. Stahl habe ich genug. Kann ich beides laufen lassen? Dann kriege ich Munition hier auch noch zustande. Und hier grade ich mal das Gebäude ab. Hier sind mir zu viele. Zu viele. Ne. Wisst schon. Und so. Zu viele solche Flieger. Aber muss ich was dagegen unternehmen? Oh man. So. Habe ich hier Items? Nein. Außer die, die. Was ich bis jetzt produziert habe. So. Zwölf nur noch. Zwölf Energie. Wir brauchen Energie, Jungs. Energie brauchen wir. So. Wie sieht es aus? Nur noch acht Stück.